Die Standardsituationen sind, egal in welchem Spiel in der heutigen Zeit, immer bedeutender, weil die Spiele sehr ausgeglichen sind. Gerade in der zweiten Liga, die insgesamt sehr ausgeglichen ist, kann so eine Standardsituation ein Spiel immer entscheiden. Und wie du sagst, haben wir es in Braunschweig selber genutzt. Darmstadt macht es sehr, sehr gut. Wir haben natürlich sehr viel gefährliche Spieler nach Standards, was oftmals auch nicht einfach zu verteidigen ist. Aber ich glaube, dass Union diese Woche wahrscheinlich vermehrt Standards trainieren wird. Deswegen kann es sein, dass sie am Freitag mit der anderen Mentalität hineingehen, die Standards zu verteidigen. Aber natürlich suchen wir auch bei Standardsituationen, gerade wir Defensivakteure, unsere Chance. G Untertitelung des ZDF, 2020